Hallo, Leute! Willkommen zurück zu Blacklight Retribution! YEAH! Like a Bosch! I'm ready for this guys! Denn, es hat einen neuen Game Mode Siege. Trololololololol lol Nun ja... danke. Zu viele Leute. Ich will doch nur Siege, ich will Siege. Es ist eventuell im Moment ein bisschen buggy, aber ich werde es euch zeigen. Jetzt, gleich, weil es cool ist. Okay. Und zwar mit meiner Tactical SMG. Okay, die Runde hat gerade erst angefangen. Wie ihr seht, hat es hier einen riesigen Tank, den man eskortieren muss. Okay, ich lege nicht, das ist mal was. Geh bitte weg. Okay, Zeitboxen. Meins zerstört. Irgendwie habe ich das schon lange nicht mehr gespielt. Ein bisschen scheiße. Okay, was ich euch zeigen wollte bei dieser Map, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Nein, ich zeige. Okay. Sniper sind sehr wichtig. Ich sollte euch vielleicht so einen Game Mode erklären. Ihr habt ja vielleicht das Video nicht gesehen. Wo ist der Typ hin? Scheiße, da ist er hin. Kacke. Ich hasse den jetzt ab jetzt für immer und herzlich. Danke. Es gibt soziale Leute auf dieser Welt. Okay. Okay, äh, Siege Mode. Tank da durch die Tore bringen. Sobald er genug weit ist, kann man da diese Tiles da aktivieren, wenn man nicht alt zu dumm ist. Wie ich, zum Beispiel. Hier. Alter. Okay. Okay. Ich muss da was nehmen, das, mit dem ich putschen kann. Und das wäre die Burning Sensation. Hier gleich. Es gibt immer noch soziale Leute. Okay. 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 Ich werde dich decken, Junge. Jawohl. Sonst noch was? Ah. Spray. Okay. Ich lebe mir hier noch, auch wenn da ein Unsichtbarer Trieb ist. Alter. Ich hasse die. Ich hasse Pepsi Cake. Okay. Aber, ähm, wir sind gut, äh, gute The Runner. Und, äh, diese Siege Map, die dauern eigentlich, glaub ich, irgendwie, ich hab das ganze, äh, Rewarding System noch nicht begriffen. Ähm, wieso hat er kein Leben weggekommen? Äh, weil, irgendwie, wenn da jemand den Tank bis zum Ende gebracht hat, dann wächst es, scheiße, dann wächst es das Ganze. Ich hab irgendwie nicht geübt, letztens. Ich hab auch wieder Schule, da hab ich nicht mehr so viel Zeit, leider. Aber ja, ich werde es versuchen. Blacklight wird immer wie geiler. Also, was noch cool wäre, wenn sie einen, äh, von mir aus gesehen, wenn sie einen, wie sagt man, Mode? Einen, ähm, 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 alter, das ist ein Sniper. Einen, äh, nicht Zombie-Mode, äh, Zombie-Mode auch. Viele Leute haben das letztens auch verlangt auf dem Foren. Aber vor allem, was ich cool finde, wäre ein, äh, Gun-Game. äh, ich kann es eigentlich euch mal einzeigen, sobald der definitionssüchtig ist und ich den hier abschießen kann alter das war jetzt scheiße ein bisschen viel zu scheiße aber es gibt Leute, die sozial sind ouch ouch viele, viele Auaus ich hab schon einen gekillt ich werde mir besser mit der Zeit, also bei dem Game Mode, hier hatte ich schon ein paar Top Scores, würde ich mal sagen würde ich mal behaupten wagen zu behaupten halt da ah, die anderen sind ein gutes Team ok, da weiss ich, da ist jemand und jetzt kann ich den typen, hoffe ich halt diese Leute sind einfach nur asozial das Ding, da will ich auch mal ausprobieren, das ist Spawn ne, nicht Spawn Air Strike Attack Sing Magic die, äh, sorry, Headset ok nun gut, auf zu unseren Missionen da müssen wir jetzt so ein Teil hier aktivieren ok, ich muss mich ein bisschen anstrengen haha jetzt kriegst du dafür ich denke beim Verteidigen bin ich besser ok, jetzt, das meine ich, da ist die Runde über, die Zeit war hinüber haha, und, äh, jetzt, ähm müssen wir verteidigen und da gibt es folgende Stelle, diese hier oben ach ja, und, äh, natürlich muss man hier ne Granate reinschießen dann kriegt man dadurch schon ein Double Kill bekommen ich weiß auch nicht mehr, wie habe ich das bekommen ich habe einfach ne äh Grenade rein geschubst und dann, ja hat es den Rest für mich erledigt und, ach ja, die Scorpions haben auch einen Weak Spot und auch einen Minigun, by the way also keine Konfrontal Begegnungen sind nicht zu empfehlen man könnte eigentlich ein bisschen pushen nicht pushen nicht pushen pushen, schlechte Idee sehr schlechte Idee haha gibt es immer nicht jemand, der so sozial ist und revivet ach ja, und das Beacon äh, das wurde jetzt auch hinzugefügt mit dem vorletzten Patch was, die haben schon das Teil was, die haben schon das Teil Alter ich kann nicht schießen ah, das ist das Singy, let's run it's run for my life oh, ich lebe noch ok, ich lebe erstaunlicherweise noch was ich ja selber nicht ganz verstehe headshot oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier neue, neue Position und kein No-Scope schade, schade, schade aber wie ihr seht, äh, Sniper ist sehr praktisch hier wenn ich damit umgehen könnte was ich nicht kann sie sind gerade am gewinnen zwar heftigst das Map-Design ist übrigens auch ziemlich cool für die Maps nur so also für die neue das, äh, Nuke heißt es glaube ich wo ist der Typ da? ja, die ganzen Brückenübergänge sind sehr nützlich zum Sniper zum Sniper und auch zum abgesnipen werden ah, shit das war keine gute Idee da raus zu gehen äh, ich könnte mal, äh, die Armor Stinger sind sehr gut um den Skorpion runter zu bringen also, zu beschädigen Putte zu machen Kaputti Skorpion Putt machen ist immer gut damit ihr's wisst aber ich hab gerade ein bisschen Angst, dass ich dann auf die Schnauze bekomme ach, komm ich jetzt dann sowieso Bomb Catcher, jaaaa, das war eine Bullet die du gerade aufgefangen hast keine Bombe aber schon nein crap ah, shit ach, kacke kacke, kacke, kacke ähm, ja, ich werde danach noch eine Runde spielen und hoffen auf einen besseren Score hoffen hoffentlich egal also jetzt äh, was können wir tun, um die Lage unseres Teams zu verändern? nichts was können wir tun? wir können da eine Granate raufschießen und abgeschossen werden von Spastis jetzt reicht's mir irgendwie irgendwie hab ich das mit dem aus ich glaub ich hab zu viel TF2 gespielt letztens weil irgendwie hol ich mir immer das falsche mit dem aus das da hier Skorpion du wirst sterben oh shit doch nicht alter geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg geh bitte weg wo ist meine Pistole oh stimmt ich habe einen Armour Sting dann habe ich keine Pistole mehr scheiße ok hu ah shit schade 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 ok das hat jetzt bestimmt absolut super auf eurem Ohr ok jetzt müssen wir da ein bisschen was äh Gutes nehmen für die Primary sonst können wir dann nicht gut verteidigen nochmal ein Armour Stinger ich brauche viel mehr Armour Stingers kann sie nicht scheiße Haltzut hab ich wenigstens geschossen? ne schade ah ja ja du und dein for the win aha klar wieso nicht scheiße ich denke die werden gewinnen wirksam wahrscheinlich alter Schritt umkehren wegrennen und flankieren äh nicht gute Idee haha das war das geilste flankieren das ich hier was gemacht habe also uber flank ein uber flank alter Schwede naja Viertel Platz sind wir hin auch wenn wir verloren haben Viertel Platz je ok diesmal dieses mal werden wir gewinnen ja wir müssen grenade all the pain of my life ok wieso auch nicht mir ist langweilig also nicht so das Spiel ist cool aber jetzt Wartezeit ich könnte eigentlich na wieso nicht let's open this stuff let's open this stuff take items open take items inventory where is my inventory there is my inventory here activate äh äh das da hier äh das da hier wollen wir das SMG stock heavy scope neee noch nicht das mach ich dann mit ein paar anderen wie geh ich jetzt hier weg help ach ach Mist wollte ich gar nicht ach gut scheiss habe ich es gelöscht ja ich habe es aktiviert ok Customisation schnell schnell phew äh 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 falsch hero helm equipment hier helm gib mir good stuff und dann ich werde killen gut alle leute gib mir good stuff please cool bisschen armor immer gut immer gut immer gut jo we take on that all ja 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 ist gut hast du hier noch was für die da hier bei der premade kann ich nichts verändern jo das will ich das will ich gibt es mehr damage dann will ich es unbedingt das ist das alte ist das stark jetzt brauche ich nur noch Feuerammo und dann wäre das ein ne uber sniper sozusagen recoil gut kann benutzen einverstanden los ok das war ne gute idee doch das zeug zu aktivieren ok aber alles klar yeah ei was das ist das wurde nicht zensiert hallo jetzt bin ich ein bisschen äh und so das hat aber eine granate ok immerhin wir haben schon jemanden getötet das ist schon mehr als vorher und jetzt werden wir das Sniper Ding hier benutzen die neue Sniper mit 96% Schaden man echt so ein Feuer drauf und so und dann dann habe ich endlich die Sniper ich will ähm wo sind die alle give me that give me that love und drückt ein like wenn ihr jetzt gerade dieses Video saub das euch gefällt dann drückt doch liked wenn ihr wollt au echt ich wechsle ach das ich muss runter scrollen nicht rauf äh ich gebe TF2 schuld TF2 habe ich gestern am Abend noch gespielt das war fun also wer Steam hat TF2 runterladen das ist ein must have game for Steam pretty much ich werde den Kampf hier gerade sowas von ablosen ok vielleicht kann ich ihn auch messern wenn ich gut bin vielleicht ok immerhin den Assist bekommen und jetzt helfen wir unseren Leuten an der Front wieder hier das ist zu gefährlich hier unten echt job unsichtbarkeitsding ich lieb dich Junge Scheiss komm schon zeig dich Hüssa wow dass ich das überlebt habe das war als ich hatte habe ich ihn gekillt eigentlich ich bin sowas von dumm hu yes da ist jemand nein ah ich habe einen Schuss ah das wäre so ein was für ein Headshot geworden danke Skolpjen also Cyrus Zero 15 toll machst du das wirklich toll ich lieb dich muah ok natürlich nicht also du machst deine Sache schon gut aber gerade Liebe nenne ich das nicht Schare Schuss verfehlt es ist so schwierig wenn sich die Leute bewegen dann halbwegs vernünftigen Schuss abzukriegen also da kann ich runtersnipe jepp würdest du ihn bitte jetzt töten danke okay alter alter hingegen wenn sie runterknien finde ich das immer eine tolle Sache Wo ist gerade unser Angriff? Unser Angriff. Da läuft gerade so nix. Also mein Gameplay ist im Moment wirklich nicht allzu toll, aber auch nicht so schlecht. Also hier, ich tue was für das Team. Ein bisschen etwas. Das geht ja um Objective Based. Das ist ja ein... Ich kann nicht sprechen. Ein Objective Based Game-Mode, das heisst, Unterstützung ist immer gut, theoretisch, solange man dabei nicht stirbt. Und da, komm da wieder hoch. Da. Control Panel. Let's go and activate some deep shit. Nein! Schneller. Und nicht verkacken! Yes! Puh! Ich lebe noch. Ha! Diese Freude, ich lebe noch. Okay. Wo kommen sie? Wieso lebt der Spasti noch? Der Spasti lebt nicht mehr. Ich habe doch auch noch einen Nade. Ich habe doch auch noch einen Nade. Püsse! 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 Zeig dich! Du wirst jetzt sterben. Shit! Ich habe... Ich meine Scheibenkleist da... Alter! Ich bin hier... in einem Luftanschlag. Nicht gut. Gar nicht gut. Schneller! Wer will was von der Kanone hier, he? Who want a fish of me? Who want a fish of me? Who want a fish of me, he? They give me that! Oh. Zwei Hardsuits. Find ich super. Noch einer. Wer will noch... Who? Wir haben noch was Wichtiges gemacht. Wir sind in den Tank eingestiegen. Yeah. Yeah, man. Such was von cool. Defense. Defense! Schneller! Defenden! Oh. Wichtiger als Defenden ist... Gnaden! Okay, das war eine schlechte Granate. Alter. Viel zu viele Leute. Viel zu viele Leute für meinen Geschmack. Okay. Hier in Deckung gehen. Und warten. Wo sind die Gegner? Irgendwie fühle ich mich gerade mega verwundbar mit der Pistole da. Irgendwie will ich den I-I-S kriegen. Ich sag seinen Namen nicht, weil das einfach nicht in Ordnung ist! Ja, Knife! Knife! Wo ist der? Let's go and knife some guys. Where did he go? Ist der tot? Okay, der ist tot. Habe ich ja auch nichts dagegen. BAMS! In your weak spot. Huuu! Das ist gefährlich. Junge, Junge, Junge. Walter, das ist auch gefährlich. Wenn da so viele Leute rumrennen. Ich gebe mir, ich streng mich mega an im Moment. Falls ihr das wissen wollt! Einfach so! Auch wenn es aussieht, dass MÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Würde ich gerade nichts tun! Ich tue tatsächlich.... Was?! Nämlich sterben! Wie ihr alle gerade gesehen habt. Was ist denn der für eine Gangsta-Knarre? Welchen Level ist das? Romate... was? Level 7? Das war doch keine Pre-Made oder schon? Hat das seit neuestem in dem Spiel Bullet Drop oder was ist das? Alter, schon das. Airstrike. Man! Hört bitte auf mit dem Airstrike. Das finde ich nicht so nett. So gar nicht nett. Ihr werdet alle sterben. Wahrscheinlich doch nicht, aber egal. Wo ist der Typ? Scheisse. Drei Leute. Das ist halt so'n coolen... Ich kann mal eigentlich durch mehrere Leute in dem Spiel schießen. Ich weiss es nicht. Wäre cool. Okay. Ist der Match noch eine Minute erreicht, wenn sie es nicht nächsten, zweiten schaffen? Ha! In your face! In your... Shit! In my face! Der Tank hat nicht mehr viel Leben! Der Tank hat nicht mehr viel Leben! Nein! Yes! Tank tot! Du jetzt dann auch gleich! I am on a friggin' killstreak thing! Okay, jetzt kommt dann jemand und besaugt mir den Tag! Wie zum Beispiel mit dem Airstrike. So kann man echt jemand den Tag vermiesen. Da auf nem ober-mega-Killstreak und dann BAMS! In your leg! In your face! Okay, ich geh da nicht mehr hoch. Ich geh da echt nicht mehr hoch. Ohne mein... Ohne das da hier. Wo ist der? Schiff und dann Schuss drauf. Ja, bin ich mal. Ha! Ich hab nen Schuss gekriegt. Au! Nicht gut. Nice! Good game! Good game! Very good! Okay! Und somit verabschiede ich mich von diesem... Von dieser Episode-Folge. Ja, hab heute nicht so viel erzählt, aber was soll's. Bis später! Ciao!